Manchmal müssen wir in die Vergangenheit blicken, um die Zukunft zu verstehen. Seit jeher ist die Menschheit in Bewegung. Unser Entdeckergeist verschiebt immer wieder die Grenzen des Machbaren und wir schaffen uns Möglichkeiten, Mobilität neu zu erfinden. Wir haben viel erreicht, sind mobiler denn je. Aber wir stoßen auch an unsere Grenzen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie werden wir uns fortbewegen? Welchen Stellenwert wird Mobilität in unserer Gesellschaft haben? Mobilität ist so vielseitig und individuell wie wir Menschen selbst. Für die einen bedeutet Mobilität Unabhängigkeit, für die anderen ist sie Mittel zum Zweck. Mobilität schafft neue Möglichkeiten, Bequemlichkeit, mehr Lebensqualität oder mehr Spaß. Jetzt muss Mobilität neu erfunden werden. Sie soll uns Orientierung geben, uns verbinden und neue Perspektiven zur Forschung und Entwicklung eröffnen. Eines wird Mobilität für uns aber immer bleiben. Die Freiheit, uns in der Welt zu bewegen und uns zu begegnen. Die Zeit ist gekommen, in einen Megatrend zu investieren und Teil einer neuen Ära zu werden. Mit dem international ausgerichteten Aktienfonds LBBW Mobilität der Zukunft investieren Sie in Unternehmen, die den Wandel unserer Mobilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützen. Sie sehen,